Yo Leute, ich habe mir jetzt einen McLaren P1 gekauft. Einen McLaren P1. Spritzt mir mal in die Tür ein. Nein, aber sie sind einfach zusammengeschlagen, der war fett. Das ist damit zu viel Leid. Ich kann es ja eigentlich nicht abhaben, wenn ein Film an die fette Leid eigentlich gemacht oder aufgestocht wurde. Das kann ich nicht leiden. Aber ich fühl mich da irgendwie immer voll... Ich fühl mich da irgendwie immer dann selber schütteln. So Jungs, der T20 ist ein geiles Auto. Kann man ruhig spritzen in so einer Natur. Ja, einfach geil wäre McLaren P1. In echt wäre es halt der McLaren P1. Ja, ja, ich mache das YouTube-Ding. So... Jetzt zeig mal, dass ich noch schon hier am Strand herunterrein. Also... Wir lernen P1, das dicker geiles Auto. Vor allem geht ja. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ey... Also... Ja, moine es surfbriert, glaube ich nicht gesehen. Er holt sich an Lamborghini Aventado. Ich kann es nicht sein mit dir. geräumt doch am selben und kohlen zum ersten kostenlos das nicht schließen die tag in die lüge meiner die uhr die sie sich damit gehen die uns im letzten tier ist die zwangsläume Ja, das war's eigentlich mit der Folge, haut's euch gerne und haut's nicht daneben und haut's euch gerne.